DEDLIG ENTERTAINMENT Präsentiert Zusammen mit EUROWIDEOMEDIE Ja, und damit Zeitgegrüßt man den Zwerge, Genunger, Hobbits und Änglern zu einem Letzt-Test auf meinem Kanal, zu einem Letzt-Test der Demo-Version, wow, der Wahnsinn, schon das Startmenü kann mich hier bewegen. Okay, und die Musik im Hintergrund ist auch fantastisch. Willkommen zum Letzt-Test der Demo-Version von einem neuen DEDLIG GAME, ne, neu ist es nicht, aber neu auf meinem Kanal im Letzt-Test, SILENCE. Ja, es gibt so viele großartige Spieler von DEDLIG ENTERTAINMENT. Heute testen wir mal SILENCE an, eins der Spiele, die ich noch nicht kenne. Und hangen wir uns mal ran, versuchen wir es mal. Ich hatte heute einen richtig miesen Tag, heute einen richtig scheiß Tag. Zum Abschluss des Tages heute noch mal ein wundervolles, ein sehr gutes Spiel von DEDLIG. Man muss auch was Gutes zum Abschluss haben. Also, legen wir los. Genauso. Ein Team bei Marco Hüllen. Exekutiv-Producer, Carsten Fichtelmann. Studio-Song, Steffen Mohr. IG und Konzepte Marco Hüllen. Miet-Product-Management-Reihe von Kessler. Meint, Ulrich, wann hinst du? Story von Marco Hüllen. Anne von... Ja... Irgendwas. Anne von Versat. Marco Hüllen. Paul Schulze. Krishanowak Lukas Deutsch Martin Bezik Aber was passiert denn da? An Katrin Treves hat oben gemacht Und ein von Lukas eingelaufen Eikhoff Mit einem Atzen Und Tilo Abdelmann hat diese unoffene Musik erspielt Joel Fusshofer Und die sollen Leute noch Und die sollen Ach du Schande Die Welt zerstört Im Bombenhakeln Die Welt 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 Ich bin ja begeistert. Das ist ja eine Atmosphäre hier, die ich ja nur durch meine Kommentare zerstöre und auf solche Bilder ist man bei Dedalick nicht unbedingt gefasst. Das ist jetzt eine ungewöhnliche, ungewohnte Atmosphäre und Umgebung. Ja, Dedalick kann auch anders. Englisch. Okay. Ich hätte es genau auf Deutsch. Gut. Ähm. Dann wohl erst mal so. Ähm. Tell her that you can't handle you close the fobia. Get through this reading. Miss Klock said it's not safe here. Ach. Okay. Was weiß Miss Klock schon? Sie hat recht. Ähm. Ah, da haben wir den Untertext. Untertitel. Das ist doch ein kleines Kind, wie soll die das verlieren? Wir sollten tief verstehen, dass draußen Krieg herrscht. Ich wollte dich nicht schreien, Rini. Ich bin sehr entschuldigt. Es ist einfach, was ich gesagt habe. Wir sind okay. Du bist sicher hier. Ich versuche. Was kann ich tun, um Rini zu kommen? Ja. Klicke auf den Boden, um die Törtchen zu bewegen. Aha. Aha. Ich versuche. Ich versuche, wenn wir ein bisschen fernsehen. Heute kämpften in massigen Fatalities, mit unkannungslosigkeit. Es ist sicherlich, dass die Aero-Bombardung nicht ermöglicht. okay wir müssen mit dir reden unbedingt wir können nicht mit ihr reden sie fürchtet sich ja wir fürchten uns auch kleines kinderbommern ja mann wir brauchen das mutversicherung sein ablenken spiegel ein ganz normaler spiegel ja nur ein ganz normaler spiegel hier haben wir so eine art ventilator lüft hoostings tja kenne ich auch auf das so einzeln rum das ist ja ich ziehe manchmal einfach zwei verschiedene socken weil ich eine socke von der sorte habe und eine socke von der sorte das ist einfach da fehlen einfach die zweiten paare fehlt das zweite stück zum baum tja ja gut ähm wir können nicht raus wir sind in diesem kleinen engelraum gefangen was kommt denn so im fernsehen der krieg geht weiter naja sehr ermutigend ja ja mach doch mal was das ist jetzt hier nicht moment hier scheint etwas besonderes möglich zu sein führe die beiden symbole übereinander und klicke mit der linke maustaste ich weiß du kannst die umrisse im optionsmonie abschalten äh ja wieso sollte ich äh guess who i am well you don't look like you at all how about now no you don't even have bobbles and where's spot where am i supposed to get a bobble hat not to mention a green super caterpillar hm die bombelmütze wo kriegen wir die bombelmütze her lampenschirm hier sieht so ein bisschen was aus ein socker hier ist es komfu hey he's got a bobble head i hate to make a fool of myself i'll do it for reenie hm reenie hey reenie hello sadwick how's spot we'll ask him yourself when he shows up sadwick best in these are sadwick hey reenie hello sadwick how's spot we'll ask him yourself when he shows up hm hm okay what's new fancy ach so spot i guess i guess i guess i guess spot tada today's show is all about audience requests i want a story about silence really silence i love the poop song solips alphabet no please tell me the story of spot and sadwick alright so this is the story of sadwick and his world's silence sure and his world i sorry sorry silence sadwick was a clown who never laughed he also didn't want people to laugh at him so he left his grandpa his brother and the circus to see the world but not alone because with him was his best friend spot 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 also helped sadwick and he did it by changing into all kind actually eventually they made their way to the king of silence you need a crown and something for the process one thing at a time first my crown he i i i don't know the corners there it is hey presto Christo, der König der Silenz! Er war ein guter König. Aber er war sehr schrecklich. Und mit ihm mit ihm die Land begann zu sterben. Die Wilde blieb. Die Wallen und die Stadt blieb. Alles verletzte und verletzte. Wenn nur der König zurückgekehrte. Denn wenn er so, so würde Silenz. Sadwick wollte ihm ein Elixir der Leben. Juste wie ein altes Orakl hat vorgelegt. John ist nicht alt. Ja, genau. Sie ist ziemlich Zeitlos. Und Mysterious. Où ist er Crystal Ball? Das ist ein schönes. Er ist Crystal. Er ist cool. Soll das? Ja, sicher. In ein paar Mal. Der Mysterious Shana hat gesagt, dass Sadwick war bereit für den König. Aber auch, dass er die Silenz zerstörte. Natürlich, er würde niemals glauben. Er wollte einen Elixir der Leben zum König. Ja? Ja. Aber wenn er in der Stadt kam, er sah, dass Shana war richtig. Erinnerst du, was ihn in der König? Watt dreht alles um, ohne tatsächlich zu移. Es war kein König in der König. Es war nur ein Schild. Nur ein Schild. Ein kleiner Schild. Ein kleiner Schild. Und wenn Sadwick ein kleiner Schild. Er schlug. Er schlug. Du bist der König der Silenz. Ah! Rini! Rini! Oh ja. Was ist passiert? Was ist passiert? Rini! Er ist okay? Rini! Und das Fernsehen, das Götze die Nachrichten... Wir haben nix besseres zu tun, und ist immer und immer wieder das Offensichtlichste zu wiederholen. Draußen herrscht Krieg, und im Fernsehen herrscht auch noch Krieg. Na komm, du schaffst das. Jetzt sieht man auch die Glotze aus. Scheint aber die einzige Lichtquelle hier im Raum zu sein. Mitgedrückt an der A-Taste im mittleren Moos-Taste kannst du hier alle Informationsmöglichkeiten anzeigen lassen. Ah, okay. Jetzt können wir den Esel rappen. Die Dunkelheit. Betonplatte. Na komm, heb's hoch. Na komm. Du kannst das. Das ist ein Starker. Oh, danke. Danke, Gott. Das ist so gut. Das ist so gut. Das ist so gut. Oh ja. Das ist so gut. Das ist so gut. Das ist so gut. Das ist so gut. ich dachte gerade ist doch nicht im fernsehen oder was das ist doch das ist doch das ist doch das ist doch Nervt. Das frage ich mich auch. Wo sind wir gelandet? Klettern wir nach oben. Ins Licht. Na wo sind wir hier hingeraten? Wo bin ich? Es gibt Sachen aus dem Platz. Ist das ein Traum? Planetenvertriebe. Lokomotiver. Oh, da hinten ist Wien hier. Planetenvertriebe. Kastel in Silenz? Was? Wo bin ich? Ein riesiger Babykopf. Die letzte Mal, als ich diese Armour gesehen habe, ein Koch war es. Ich hoffe, dass du ausfällst. Ist das genau der Kettel von Sadwick's Grandpa? Mein alt Trailer. Ich meine, Sadwick's alt Trailer. Sie hat sie auf den Weg weggebracht. Ich habe das Gefühl, das ist der zweite Teil von irgendeinem Abenteuer. Auf die Uhr. Na komm. Hier sind doch Charaktere, die wir schon kennen sollten. Ich kann da hochkommen. Wenn ich mich überrascht habe. Wenn ich mich überrascht habe, meine Angst vor der Hüttel, das ist. Oder meine Angst vor allem, für das zu tun. Für Rini. Oha! Sachte! Oha! Fiegemos und gehn den Neugl, sich doch von der Oha! 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 Ich bin schon überlebt! Ein weiterer Globe, mit meinen Händen. Hey, das war nur ein Globe. Und ich bin nicht Sadwick. Und ich bin nicht Sadwick. Rene, was machst du? Nein, bleib da rein! Rene! Rene, woher sie hin? Na komm, na komm. Na komm. Na komm. Na komm. Na komm. Oh man. Und jetzt hier drauf. Hier drauf. Hier. Komm Planetengetriebe. Zack. Da hinauf. Und auf die Gleise. Na komm. Hinauf. Oh zack. Vorsichtig hier hinüber. Oh. Oh. Oh, ich bin so. Oh! Oh! Oh, oh! Achtung! Schande! Was passiert hier? Ganz genau! Achtung! Oha, ich fühlte das, deine Schwester. Äh, versteck dich und sehr still. Ja, ich glaube, das ist die beste Methode dabei. Und solche großen, kragnartige Wesen, dunkle Gestalten, hier rumlaufen. Oh, und wer bist du? Hm. Hm. Du meinst, der Wurm ist immer noch lebend? Ich weiß nicht, wie du es geschafft hast, eine Weltwurm lebend oder sogar ihn zu töten. Aber ich glaube, Chance hat dich geschmiert. Ich hoffe, dass sie schmiert. Ich hoffe, dass sie schmiert. Oder sonst, du wirst hier nicht weit weg. Deine Schwester wird sicher. Einer von meinen Leuten zieht sie zu einem secretkamp. Der Wurm. 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 Wenn du alles showerst, dann kannst du dich tun, Mainz? Das war endlich der König. Arm片. Die Demo wird durchgespielt. Das ist das Spiel. Wir haben sie durchgespielt. Schönen Tag. Man sieht sich. Tschau, tschau. Herzlich willkommen.